Hi Leute und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Also es wird jetzt nur ein kleines und kurzes Video. Ich wünsche euch ein fröhliches Halloween. Also habt noch viel Spaß und ich bekomme viele Süßigkeiten. Also dieses Jahr wegen Corona ist es ja ein bisschen anders, aber trotzdem habt ihr noch eine schöne Nacht und ja dann wünsche ich euch einfach nur noch fröhliches Halloween und tschüss bis zum nächsten Video.